Ja, damit er denkt, dass ich was mach. Wobei, da hast du ja eigentlich eine halbe Minute Zeit. Ich mach jetzt 5 Sekunden zum Drücken. Weil ich brauch nämlich... ...einen Bonus. Ich brauch keinen Wehrwolf. Ficken. Ficken? Ficken? Er braucht keinen Wehrwolf zu fickeln. Nee, ich... Ich brauch keinen Wehrwolf. Ficken hast du recht. Ja, 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 ja. Also es gibt Leute, die gehen eigentlich sogar schon als Tierwitter dann durch. Jetzt kriegst du dich gar nicht mehr ein. Das ist krass, der Effekt ist mir überall zu heftig. Junge. Echt? Echt? Das ist zu schnell nacheinander gesagt, ne? Ja, ja. Ich brauch keinen Wehrwolf. Ficken. Dann krieg ich mal eine scheiß Wehrwolf-Fähigkeit. Dann rob das näherhaft. Ich will Wehrwärm. Ich glaub ich hab jetzt schon ne nächste Clip. Nein. 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 Ich will keinen Wehrwolf-Ficken. Nein. Daniel, nimm Luft. Nein. Ach, Herrlich. Nein. Hui. Der gibt sich gar nicht mehr ein. Steffnisch, weißt, weil es den Elbschwatter online geht. ja das kommt davon wenn man nicht atmet ja 40 mit der zielberkugel steffen weil das lauert Ich hab auch so ne Hose. Plus 3 Trankkapazität. Mh. Aber warte mal. Warte mal. Nicht die... Ich werd hier mal zum Spaß auf. Ihr seid in die Stadt gebohrt, könnte es sein. Ja. Ja. Ai, ai, ai. Plus 4 Trankkapazität. Auch. Wo bist du denn? Ja, immer noch dort drin. Damit hätte ich 14. Wiesler noch immer da, Rinde. Scheiße, ich kann nicht rechnen. Ich wahrscheinlich noch fertig. Ja. Das ist mir so scheißegal gewesen. Ich war noch... Jetzt... Aber ansonsten ist die... Die Hose. Knüsselenergie brauche ich nicht. Metreor brauche ich nicht. Kugelblitz. Ja. Ja und dann pro Gegner in deiner Nähe werdet ihr um 12 Leben pro Sekunde geheilt. Aber aber ich habe da ein Unique-Skill. Also Unique-Eigengestand auf Gegengestand eingestand. Nee. Ist der Daniel ist grün. Ja. Legendärer. Naja behalten wir mal. Alter, das wird ja auf jedem Handy ein Basstest senden, Junge. Stell dir mal vor, du spielst das YouTube-Video dann in irgendeinem Fernseher mit Bassboxen. Hohohoho. Guck, das hat nämlich auch in den Zähnen an Buchstörungen. Das ist ja übel laut, ja. Aber Daniel ist ja... Scheiße. Schlimm, ne? Das ist ja... Ja. Der Aldurwald. Ich nehme die nochmal den Aldurwald. Ach... Ja... Der Aldurwald. Ja, gekämpft, aber ey. An ihm? An ihm? Ach, 5,13 Mino, das lohnt sich nicht. Jedes Mal wenn ich Schleimkratzer lege, wünsche ich mir Wolken-Schleimkratzerik. Da waren noch Zeiten. Ja, da waren echt noch Zeiten. Da kamen noch Wettlaufen und sowas. Frostspitze. Das war aber nicht von dir, dass du markiert hast. Ja, ne? Finde ich auch. Wir wollen das ja jetzt bald ändern, dass du dich direkt zu den Dungeons porten kannst, ne? Ja. Ich finde ja, der Doid und der Totenschotten müssen genervt werden. Eindeutig. Finde ich nicht. Mit dem Magier muss genervt werden, ne? Der kriegt nicht. Eismage kriegen Buff. Schön. Eisfilter. Eisfilter kosten keinen Mana mehr. Ja. Ja. Mein Pulver rasieren kostet keine Fächer mehr. Ja, wie diese Geisterseelen, die einige Elite schießen, ey. Da folgen nicht über die ganze Map. Ja. Um die. Athena. Guck mal, eine Athena. Eine Xena und eine Athene. Ja. Es gibt eine Kriegerin. Ja. Warum nicht der Weise? zum sauren Mann das ich nur verkleidet ich bin vielleicht nur 50 ja ich bin ja gut gehalten ja ich kann es mal sehen, das sieht trotzdem jung aus du nicht mehr 34 mit meinen 29 plus ja wir wollen ja nicht über 3 ja ok mal 3 ja ja ich würde sagen ok dann halt 28 mal 2 ja das ist ja schön ja das ist ja schön alter hundertprozentig wenn das so weiter geht ich bin bittig das ist ein Tag vor der Beerdigung arbeiten den Schlag den muss ich ausweichen das weiß ich bescheid ohja wo ist denn der hin? ich habe ohne abgesprungen ja ich kann ja ja das stimmt nur noch der blaue bei mir nur noch der blaue bei mir ich versuch dem schon alles wegzulagen ich versuch dem schon alles wegzulagen scheiße ich hab ihn gekritten ja würden wir das nicht finanzieren gäbe es die Sender eben nicht mehr ja ja wer guckt schon noch ARD und ZDF und tschüss außer K wenn außer K wenn er Tautaut guckt am Sonntag vorm Kamin Pir Herausforder shit äh ja KJa Kine 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 Vielen Dank.